hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf die abgemachten ticket und heute habe ich das spiel guise of heroes ich starte das spiel voll betreiben und dann war zwar einen kleinen moment habe das spiel schon hochgeladen mein account gefunden ok und da bin ich spielen 3 von 5 verstanden ich werde als erstes mal die ganzen roten fälle mit den ausrufungszeichen anklicken schauen was ich da machen kann gut dort ausgeschmissen das gibt es doch nicht ich muss beim spiel aufpassen dass ich die musik nicht laufen lassen weil die musik ist nicht legal bei youtube oder ist geschützt so muss ich besser nicht legal ach je ok wir drücken da mal drauf voll betreiben lassen den jetzt einmal hier durchlaufen schnell nicht rückwärter nicht nicht die nicht oder eine ich es Boah, ich bin gestunt. Boah, ich bin gestern. Jawoll, das sieht schon mal gut aus, denke ich. Boah, ich bin gestern. Boah, ich bin gestern. Ganz schön knappe Sache hier. Okay, ich muss mal kurz hier ausgehen. Dann muss ich in der Stadt gehen, mich umziehen. Da bin ich schon in der Stadt. Okay, das einmal. Da ist er da drauf. Ja. 13 Rüstung. Und? Hallo? Ein gefrorenes Bild, nicht gut. Ach. 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 Das ist ein bisschen doof. Warum schmeißt mich das Spiel hier erstmal raus? Das ist ein bisschen doof. 14. 14. 14. Grün ist auch viel stärker. Ja. Naja, viel nicht, aber ein bisschen stärker. 13. 13. 14. Wann soll ich die anziehen? Ich verstehe das nicht? Ich verstehe das nicht. 15. 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 Zerschmiede Ach, Mensch Hab ich denn schon Nein, hab ich noch nicht Warum macht das Spiel heute solche Probleme Ich habe meine Nachricht gekriegt Dass Plus Deck 5 jetzt Fertig ist Vielleicht deswegen Ich glaube ich muss mir mal Plus Deck 5 runterladen Das rück zur Stadt Das rück zur Stadt Okay Manchmal Das hier oben Und lasst einfach laufen Runen Da habe ich auch 2 Eine andere Rune Das ist auch eine andere Rune Diamanten Da habe ich nichts Keine passende Rune Okay Er zeigt da hin Was ist da Genau Was ist los Und das ist da Eine andere Rune Das ist da Und das ist Wir sind jetzt Und das ist Und das ist Ja Vierzehn... Vierzehn... Ha... Und schon wieder raus... Okay... Keine Lust mehr darauf... Ich sag mal... Dankeschön fürs Zuschauen... Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes mal dabei seid... Das Ticket habe ich ja schon... Auf Nächster... Viel Spaß... Bis dann und auf Wiedersehen... Ja...